Eins. Einen schönen Abend, meine Lieben. Kathi, Ursi und ich haben uns jetzt gerade versammelt, weil wir haben demnächst wieder etwas Sensationelles, Einzigartiges geplant, was es in dieser Art und Form noch nie in ganz Österreich gegeben hat. Liebe Ursi, möchtest du ganz kurz ein paar Worte dazu sagen? Hallo, meine Lieben, auch von mir einen schönen guten Abend. Jeder, der uns kennt, weiß, dass wir immer verschiedene Aktionen starten. Ob das jetzt Demonstrationen sind, der Trauermarsch oder das Picknick, das wir damals veranstaltet haben. Genauso haben wir diesmal etwas wirklich ganz, ganz Großartiges geplant. Es geht darum, einen runden Tisch zu bilden, zusammen mit der Spitze unserer Politik. Mehr kann ich euch momentan leider noch nicht verraten. So viel sei gesagt, es ist wirklich, es wird etwas ganz, ganz, ganz Einzigartiges. Es ist auf jeden Fall etwas Friedliches. Und naja, wir brauchen dazu aber auch eure Unterstützung. Katja, bitte. Ja, und aus diesem Grund werden wir dann im Anschluss unten einen Link zu unserem Spendenkonto einblenden. Und ja, jeder, der gerne möchte und uns hier unterstützen möchte, unsere Arbeit unterstützen möchte, was uns dann alle zugutekommt, darf sich daran gerne beteiligen. Dafür sagen wir jetzt schon einmal Danke. Es ist eh klar, dass die Aktionen immer ein bisschen was kosten. Und nach einem Jahr geht uns natürlich dann auch mit der Privatfinanzierung dann ein bisschen die Luft aus. Deswegen wäre es schön, wenn ihr uns da unterstützen würdet. Und ihr findet den Link dann im Anschluss an das Video. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Alles Liebe und wir sehen uns hoffentlich am Donnerstag beim Spazierengehen im ersten Bezirk. Alles Liebe, schönen Abend. Babaci. Ciao.